KI-Aktien, die extrem gehypt worden sind in letzter Zeit, müssen korrigieren. Ich zeige dir heute eines der wichtigsten und mächtigsten strategischen und psychologischen Werkzeuge, die du in deiner Strategie integrieren solltest, damit du deine Performance an der Börse deutlich verbessern kannst. Wenn du dieses Prinzip verstanden hast, kannst du Aktien viel, viel besser einschätzen, kannst du den Markt deutlich besser einschätzen und es wird deine Performance deutlich voranbringen. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt gerne dran, es geht sofort los. Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Mein Name ist Joshua Halter und wir bringen Aktionäre und Anleger psychologisch und strategisch voran und wollen das Maximum aus ihren Renditen herausholen. Und deswegen mache ich heute auch dieses Video für dich, denn die Hype-Aktien oder ich sage jetzt einfach mal die KI-Aktien, Nvidia und alles, was drumherum passiert in Richtung Big Tech, wird aktuell von einer extrem großen psychologischen Euphorie an der Börse getragen. Und das Prinzip, das ich dir jetzt gleich erklären möchte, ist das Prinzip der sogenannten Regression zur Mitte. Ist ein relativ ungewöhnliches Wort, klingt ein bisschen mathematisch, es ist auch ein bisschen Statistik, aber keine Sorge. Ich werde diesen Teil sehr, sehr, sehr oberflächlich behandeln für dich, weil er eigentlich zum Grundverständnis ganz gut ist, dass du weißt, worum es geht. Du kannst allerdings hier unten in den Video-Timestamps diesen Bereich einfach ganz kurz überblicken oder beziehungsweise überspringen, wenn du das Gefühl hast, dieser statistische Teil dahinter interessiert dich jetzt nicht so genau. Die reine Strategie und die reine Psychologie werde ich trotzdem in dem Video noch mit behandeln. Das heißt, du musst diesen Teil nicht unbedingt sehen. Es würde dir allerdings helfen, wenn du das Prinzip dahinter verstehen möchtest. Und um nicht weiter groß rumzureden, lass uns direkt loslegen. Du siehst hier auf dieser Tafel eine sogenannte Punktewolke. Das bedeutet einfach nur, dass alles, was ich dort eingefärbt habe, die kleinen roten und die kleinen grünen Punkte, sind einfach Kaufs- und Verkaufspunkte einer Aktie. Das sind einfach Menschen, die sich hier in dieser Punktewolke darauf einigen, eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Und wenn du dir diese Punktewolke anschaust, dann siehst du, die hat einen Trend nach oben. Die geht nach oben. Und das Prinzip hinter der Regression zur Mitte ist einfach, dass man eine sogenannte Regressionsgerade einzeichnet, ein sogenanntes R². Und das zeige ich dir einfach mal ganz kurz, indem wir jetzt ganz grob hier mal eine Gerade durch. Das ist schon ziemlich genau. Eine Gerade dadurch zeichnen. Und wie gesagt, diese Gerade nennen wir R² in der Statistik. Das ist unsere sogenannte Regressionsgerade. Und eine Regressionsgerade zeigt einfach nur einen Trend an. Das, was du auch sehen kannst, ist das, was dich als Trader vor allem sehr, sehr interessiert. Diese Abweichungen hier von der Regressionsgerade. Das ist nämlich hier das, was du da siehst. Das nennt man auch die Methode der kleinsten Quadrate. Das ist einfach eine Möglichkeit zu bestimmen, inwieweit diese Punkte hier von der Regressionsgeraden weg verlaufen. Und das Ganze kennen wir an der Börse unter der sogenannten Standardabweichung oder Volatilität. Das ist die sogenannte Schwankungsbreite, das Ausmaß, inwieweit diese einzelnen Preispunkte um den Mittelwert herumschwanken. Das ist die Volatilität. Für Trader besonders interessant. Volatilität ist ja etwas, was du als Trader sehr, sehr gerne suchst. Für den langfristigen Anleger möchtest du eigentlich gerne Aktien haben, die keine extrem große Volatilität aufweisen, weil du sonst extrem große Preissprünge mittendrin hast. Und du ja dort relativ wenige Terminmarktkontrakte benutzt oder Terminmarktprodukte, die jetzt eben von Volatilität leben. Also, das einmal kurz dazu. Warum ist das so interessant? Du siehst immer wieder Punkte oder Bereiche hier oben, zum Beispiel hier oder zum Beispiel da oder zum Beispiel da, die entweder über oder unter diesem Mittelwert liegen. Und das sind die Punkte, die jetzt interessant werden für das Prinzip, das ich dir nämlich jetzt zeigen möchte. Denn das sind sogenannte Outperformance-Punkte. Und das sind Outperformance-Punkte nach oben und nach unten. Du kannst nach oben hin outperformen und du kannst auch nach unten hin outperformen. Zumindest einen Mittelwert nach unten und nach oben hin outperformen. Das soll es erstmal zu der Statistik dahinter gewesen sein. Jetzt wird es für dich interessant. Was besagt die Regression zur Mitte überhaupt aus? Das möchte ich dir zuerst einmal strategisch zeigen und dann psychologisch, weil es ist ganz wichtig, und das sage ich auf diesem Kanal ja ganz, ganz häufig, wie wichtig es ist, dass du mit beiden Aspekten an der Börse arbeitest. Du musst wissen für deine Strategie, was ist die Psychologie dahinter, nicht nur deine, sondern die des Marktes. Und um das zu zeigen, wie wichtig das jetzt ist, möchte ich dir zeigen, wie diese Regression zur Mitte für dich strategisch einen extrem großen Hebel sein kann für deinen Börsenhandel, für deinen Investment, für dein Investment an der Börse, für deinen Vermögensaufbau. So, und dafür habe ich dir hier jetzt mal einen ganz rudimentären und ganz einfachen Aktienchart eingezeichnet, der einfach eine Aktie abbilden soll, die jetzt in einer Überperformance-Phase ist, die einfach in einem sehr großen Hype am Markt ist. Das Prinzip der Regression zur Mitte, strategisch, wird für dich jetzt ganz entscheidend sein, wie du nämlich deine Strategie mit solchen Aktien angehst, sowohl von der Kaufsicht, als auch von der Verkaufssicht, als auch von der Sicht Investieren gegenüber Spekulieren am Terminmarkt, über Optionen oder vielleicht sogar über Future-Kontrakte. Wenn wir uns nämlich jetzt diesen Aktienchart mal anschauen und du siehst hier einen relativ intakten Aufwärtstrend. Ja, wir werden jetzt hier nicht mit Trendlinien arbeiten, das ist ganz wichtig, hier geht es nicht um Trendkanallinien, hier geht es nicht um reine Chartanalyse, sondern das Entscheidende ist, hier wieder, wir nehmen uns jetzt eine Regressionsgerade. Das, was ich dir eben gezeigt habe, also falls du den Statistikteil übersprungen hast, guck es dir ganz, ganz kurz an. Wir nehmen jetzt dieses R², also diese Gerade und ziehen die jetzt einfach mal so ein bisschen durch diese Punktewolke durch. Ich mache das jetzt mal ganz rudimentär und du siehst ungefähr, wie das jetzt aussieht. Es gibt immer wieder Phasen dieser Aktie, in der sie hier eine Outperformance hat zu dieser Linie hier. Und diese Linie ist der durchschnittliche Renditewert einer Aktie, der durchschnittlich steigende Renditewert. Eine Aktie steigt immer mit einem durchschnittlichen Wert, zum Beispiel sagt man ja, der MSCI World steigt mit 7% pro Jahr im Schnitt. Natürlich gibt es Jahre, an denen der MSCI World zum Beispiel auch mal 5 oder 6% im Minus ist, aber im Durchschnitt, und das ist eben dieser Regressionswert, den wir hier eingezeichnet haben, das ist der durchschnittliche Wert, in dem so eine Aktie steigt. Und wenn du jetzt mal genau schaust, siehst du hier in diesem Regressionswert, die Aktie performt also mal unter dem Durchschnitt und mal über dem Durchschnitt. Und jetzt wird es strategisch ganz interessant für dich, weil du kannst sowas enorm gut ausnutzen bei, und das ist die eine Voraussetzung, bei Aktien, die bilanziell wirklich, wirklich solide sind. Bei Aktien, in denen es eben keine finanziellen oder bilanziellen Engpässe gibt in der Bilanz, in denen das Unternehmen wirklich kerngesund ist. Stell dir vor, diese Aktie ist jetzt Nvidia. Das ist jetzt die Nvidia-Aktie. Natürlich ist der Aktienchart jetzt nicht gleich, ich habe ja gesagt, ich habe die jetzt frei aus der Hand gezeichnet, aber es wird so kommen, es ist ein Gesetz der Finanzmärkte. Die Regression zur Mitte ist ein Finanzmarktgesetz, weil es psychologisch, marktpsychologisch so kommen wird, dass Aktien immer zu ihrem Mittelwert zurückfinden. Und das gilt vor allem auch für Aktien, die in einem extremen Hype performen aktuell. Und wie kann man da jetzt strategisch vorgehen? Wenn du nämlich jetzt zum Beispiel sehen würdest hier an der Nvidia-Aktie, die aktuell einen enorm großen Hype nach oben ausbricht. Die bricht hier oben ziemlich stark nach oben weg. Und du schaust dir diese Regressionsgerade an. Langfristig steigt die Aktie. Das ist ja klar, langfristig wollen wir immer in Aktien investieren, die langfristig steigen. Aber wenn eine Aktie so dermaßen outperformt wie gerade, wo die Marktmultiples, die Bewertungsmultiples einfach enorm durch die Decke gehen, wird es eine Regression zur Mitte geben müssen. Nicht es ist vielleicht so, sondern es ist so. Denn sonst wäre es nämlich so, dass der Markt sich auf eine einzige Aktie einigen würde und alle würden in diese Aktie investieren, weil sie ja ewig einfach nach oben hin alles wegperformt. Also es ist einfach nicht möglich. Der Markt reguliert sich im Prinzip irgendwo selbst durch das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Dazu gleich mehr in der Marktpsychologie. Das wird auch ganz entscheidend sein, damit du das Prinzip verstehst. Aber ganz wichtig ist jetzt, wenn du weißt, dass diese Aktie diese Regression zur Mitte wieder machen würde, wie positioniere ich mich jetzt da? Stell dir vor, du bist jetzt zum Beispiel, das ist immer gerade eine andere Farbe, du bist jetzt hier an diesem Punkt eingestiegen. Du bist dort eingestiegen und hast diesen Run jetzt eben mitgemacht bis da oben hin. Es wäre sehr, sehr interessant für dich, die eine oder andere Gewinnmitnahme irgendwo in diesem Bereich hier zu tun. Es ist natürlich keine Anlageberatung, keine Kauf- und Verkaufsberatung für die Nvidia-Aktie. Aber es wäre theoretisch für dich möglich, wenn du hier zum Beispiel, sagen wir mal, einen Gewinn hast von irgendwas von mehr als 60, 70 Prozent, den du gemacht hast, wäre eine Gewinnmitnahme, weil du eben dieses Prinzip der Regression zur Mitte kennst, erstens sehr, sehr sinnvoll und zweitens wäre die Positionierung danach sehr, sehr sinnvoll. Und das kommt jetzt natürlich auf dein Können an, am Finanzmarkt. Wie weit bist du am Finanzmarkt mit deinem Können? Wäre es gar nicht verkehrt, mit einem gewissen Teil, nur mit einem Teil des Portfolios, mit einem ganz kleinen Teil des Portfolios, diese Regressionen hier zu antizipieren? Es wäre sinnvoll und ich schreibe das jetzt einfach mal als grobe Faustregel. Wie gesagt, keine Kauf- und Verkaufsentscheidung, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich habe meine Aktienquote, 100 Prozent Nvidia-Aktien und ich kenne das Prinzip der Regression zur Mitte. Ich habe jetzt einige Aktien verkauft, bin jetzt dann nur noch bei 70 Prozent Nvidia-Quote, ich habe ein paar Gewinnmitnahmen gemacht und diese Quote teile ich dann eben auf in zum Beispiel, ich bleibe zu 50 Prozent long in der Aktie, also wirklich, weil ich davon überzeugt bin, Regression zur Mitte, Nvidia ist ein sehr, sehr gut positioniertes Unternehmen im Markt. Ich gehe den Run mit, ich gehe den Run wirklich mit, langfristig, aber ich möchte kurzfristig auch von diesem Modell profitieren können, dass ich nämlich weiß, Aktien mit einer sehr, sehr hohen Bewertung müssen zurück korrigieren und könnte zum Beispiel sagen, ich gehe 50 Prozent long und setze dann einen Short auf Nvidia, was gerade dann, gerade dann extrem gegen den Markttrend spricht. Also du antizyklisch investierst, du aber weißt, wenn du zum Beispiel meinen Kanal hier verfolgst, schon ein bisschen länger, antizyklisches Investieren lohnt sich, wenn du es mit Strategie machst und mit einem Plan machst und das ist ein unumstößlicher Plan, den du verfolgen kannst. Wenn es denn dazu kommt, dass die Aktie zum Mittelwert regregiert, ich hoffe, das ist die richtige Fachreminus dafür, ich nenne es jetzt einfach mal regregieren, falls das nicht der Fall ist, schreib es gerne in die Kommentare rein. Ich sage jetzt einfach mal regregieren oder eben zum Mittelwert zurückführen oder darunter fällt, das kann natürlich auch sein, denn du siehst, Aktien schwanken auch mal unter diese Regressionsgerade. Und gerade dann, wenn Aktien groß gelaufen sind und sehr, sehr stark korrigiert haben, dann kommt es natürlich auch gerne mal zu größeren Korrekturen und da bist du sehr, sehr gut mit diesem Short hier aufgestellt, bleibst aber langfristig natürlich long in die Aktie investiert, kannst aber deine Gewinnmitnahmen durch den Short nochmal deutlich erhöhen. Du kannst deine Gewinnmitnahmen mit dieser Art und Weise, mit dieser wirklich fundierten, strategischen Entscheidung exponentiell hebeln. Mit zum Beispiel Put-Optionen. Bei der Optionen hast du immer noch die Möglichkeit, sie einfach wertlos verfallen zu lassen. Warum muss denn überhaupt diese Regression zur Mitte passieren? Und das jetzt nicht von einer strategischen, sondern von einer psychologischen Seite aus erklärt. Denn du weißt, wenn du diesen Kanal hier verfolgst, die Börse ist vor allem Psychologie. Vor allem. Und da braucht sich auch keiner was vorzumachen. Immer dann, wenn jemand an der Börse eine Entscheidung trifft zwischen Kaufen und Verkaufen, ist das rein psychologisch bedingt. Denn du entscheidest anhand von Zahlen, die du interpretierst. Und deine Interpretation ist gefärbt durch deine Persönlichkeit, also vor allem auch durch dein Risikomanagement, dein Risikoverhalten. Und die Interpretation ist auch dadurch gefärbt, wie du biografisch in deinem Lernverhalten mit diesen Zahlen, mit diesen Informationen, die du zur Verfügung gestellt bekommst, umgehst. Also vollkommen individuell. Und deswegen ist es gar nicht möglich, dass sich alle Marktteilnehmer auf eine Aktie einigen, die einfach ewig für alle weiter steigt, weil jeder eine andere Interpretation der Kennzahlen hat, jeder eine andere Strategie verfolgt und jeder auch eine andere Gewinnabsicht hat. Stichwort Gewinnabsicht. Aktien, die extrem heiß laufen, werden vor allem von großen Institutionellen an diesen Punkten abverkauft oder geshortet, weil sie eine Gewinnpflicht haben für ihre Aktionäre, beziehungsweise für ihre Investoren, für ihre Klienten, für ihre Kunden. Der Private hat das natürlich nicht, der möchte das gerne, aber er hat es erstmal nicht. Aber die Großen bewegen das Geld und da fängt es eben an. Extrem hohe Bewertungen werden tendenziell deswegen auch abverkauft, weil irgendwann muss die Luft mal rausgelassen werden, auch bei den großen Banken. Und wenn das passiert, hast du eben diese Regression zur Mitte, weil dann auch die Privaten aufspringen. Ich habe das hier in dem Video schon mal erklärt, wie das ganz genau funktioniert. Aber nur nochmal zur Zusammenfassung. Das ist das Prinzip, was dahinter steht. Im Prinzip reißt eine Verkaufskette dann. Psychologisch ist es, um das jetzt ganz einfach nochmal kurz zu halten, so dass eine Aktie, die einfach sehr, sehr stark gestiegen ist, gerade auch, wie ich es gesagt habe, von den Großen abverkauft wird, um Gewinne zu sichern und die Kleinen machen das auch. Es geht hier um eine Absicherung. Börse ist ein unsicheres Feld, gerade deswegen, weil wir die Zukunft handeln und diese einfach nicht kennen. Und Sicherheit, jede Form von Sicherheit an der Börse wird extrem begrüßt, gerade von Menschen, die jetzt kein hohes Risikoprofil haben, die jetzt keine extrem großen Risikofanatiker sind. Das immer im Hinterkopf behalten. Massenpsychologie ist eine Möglichkeit für dich, an der Börse extrem gut vorauszuschauen, vorauszublicken, wie sich Märkte entwickeln können. Immer mit dem Grundgedanken, wie wir psychologisch einfach ticken. Und ein Sicherheitsbedürfnis hat jeder Mensch irgendwo. Jeder Mensch. Und das darfst du nämlich nie vergessen bei der ganzen Sache. Zweitens, wenn die Aktie dann stark fällt, weil eben die Luft rausgelassen wird, viele glauben dann eben daran, dass wir die Aktie jetzt zum Schnäppchen haben können. Beziehungsweise, das ist auch das, was ich dir jetzt empfehlen würde dann, wenn du zum Beispiel hier mit Aktien mit drin bist, du könntest dir dann auch hingehen, als nächstes strategisches Mittel. Und das gerade nochmal zu zeigen, das ist nämlich hier psychologisch und strategisch sehr interessant. Und könntest hier natürlich nochmal zukaufen, was nämlich dann auch ganz, ganz viele Menschen machen, um eben, weil du ja gesagt hast, ich möchte long in der Aktie drinbleiben, diesen Run nach oben, ja, dann wieder in die Regressionsgerade hinein, dann wieder als Rendite nochmal mitzunehmen, ja. Das ist ein bisschen Trading, was hier passiert. Ja, es ist jetzt kein Buy-and-Hold-Ansatz tatsächlich. Es ist ein sehr effektives Mittel, weil es psychologisch und strategisch einfach vollkommen sicher ist, dass das so passiert. Und das sind eben Mittel und Wege von gesunden, von wirklich gesunden Unternehmen, langfristig, die gerade in einem Hype sind, langfristig zu profitieren und vor allem eben auch kurzfristig diesen extremen Hype nicht als Verlierer zu erleben tatsächlich. Denn das, was den meisten Menschen passiert, ist im Prinzip das, dass sie hier einsteigen, die Gewinne nicht mitnehmen hier oben, sondern eben auch diese Regression nach unten mitmachen und irgendwann panisch diese Aktien hier oben irgendwo in dem Bereich verkaufen und einfach nur eine viel, viel geringere Gewinnmitnahme haben, als wenn sie das irgendwo hier in der Gegend getan hätten, weil sie dieses Prinzip nicht kennen. Oder noch schlimmer, sie haben hier eben dazu gekauft, geraten dann direkt in die Korrektur rein und verkaufen das mit Verlust wieder. Wenn du dieses Prinzip nämlich nicht kennst, dann passieren dir diese Anfängerfehler nämlich extrem häufig vor allem. Und jetzt, wo du das Prinzip kennst, kannst du das eben auch sehr, sehr gut für dich anwenden. Und eine Sache noch zur Psychologie dahinter. Die Märkte kommen eben deswegen auch wieder in diese Regression rein, wenn sie zum Beispiel hier unten auch underperformen, weil eben Leute, die von hier oben gekommen sind, Aktien gerne hier unten wieder einsammeln, weil sie sagen, das ist sehr, sehr günstig jetzt, diese Aktie einzusammeln, weil sie bilanziell, das habe ich ja gesagt, das ist eine Voraussetzung, finanziell und bilanziell sehr gesund ist, das Unternehmen. Und hier eben einfach nur der Markt, man sagt dazu, übertrieben hat nach unten. Das, was du kennst, als der Markt übertreibt nach unten, das ist eigentlich nur das Prinzip der Regression zur Mitte. Der Markt übertreibt nach oben, der Markt übertreibt nach unten. Das ist das, was Benjamin Graham schon als Mr. Market bezeichnet hat. Diese Übertreibung, diese Euphorie nach oben und diese Angst und Panik nach unten. So entstehen diese Out-Performances nach oben und nach unten, indem der Markt eben sagt, da ist es mir jetzt zu teuer, da müssen wir jetzt Gewinne mitnehmen. Und eben der Markt hier sagt, oh, jetzt ist die aber günstig, jetzt kann ich da aber einsteigen. Und so bekommst du langfristig diese Gerade hier in die Mitte zur Regression zum Mittelwert. Und das ist ein enorm großer Hebel für dich im Börsenhandel, denn du weißt jetzt nicht nur, wie du strategisch vorgehen sollst, sondern du weißt auch, wie du selbst psychologisch damit umgehen solltest, denn du kennst das Prinzip jetzt. Wichtig ist nur, die Aktie muss gesund sein. Und zweitens, du weißt jetzt, wie der Markt reagiert, denn egal, wie sehr Börse auch mit Unsicherheit assoziiert wird, wenn du die menschliche Psychologie kennst, wenn du Massenpsychologie kennst und wenn du dich gut mit Kapitalmarktdaten auskennst und das so ein bisschen verfolgst, du kannst aus ganz, ganz vielen Aktientrends eben auch einen Trend erkennen, wie sich Aktien weiter verhalten könnten. Das ist das, was die Charttechnik so ein bisschen abbilden möchte, weil all das ist schon sehr, sehr oft vorgekommen und wird auch weiterhin so sein, weil wir quasi von Natur aus so gestrickt sind. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn dich das Video vor allem weitergebracht hat, wenn dir das Video so ein bisschen auch den Vorhang hinter dem Kapitalmarkt geöffnet hat, dann lass doch gerne einen Like da, lass gerne einen Kommentar da und falls dich das interessiert, wenn dich mehr solcher Videos interessieren, schreib das auch sehr gerne in die Kommentare und wenn du daran interessiert bist, vielleicht noch viel tiefer in die Materie einzusteigen und wenn dir vor allem diese Strategie gefallen hat, diese Strategie in Kombination mit der menschlichen Psyche zusammen, dann ist das nur ein ganz, ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was wir mit unseren Klienten arbeiten, in unseren Börsentrainings, in unserem Börsencoaching vor allem, damit du nicht nur selber psychologisch besser an der Börse umgehen kannst, sondern vor allem auch, wie du mit solchen Patterns, wie du mit solchen Strategien langfristig an der Börse eben Vermögen aufbauen kannst. Wenn dich das interessiert, wenn du gerne mit uns zusammenarbeiten möchtest, wenn du gerne möchtest, dass wir uns dein Depot vornehmen beziehungsweise deine Performance an der Börse und da nochmal eine Schippe drauflegen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns auf der Website. Du findest sie hier unten eingeblendet und dort kannst du dich vollkommen kostenlos und vollkommen unverbindlich für ein erstes Beratungsgespräch eintragen, indem wir einfach schauen, wie wir deinen Börsenhandel, wie wir dich an der Börse und dein Portfolio und deine Strategie an der Börse noch deutlich besser verfeinern können, damit du im Endeffekt eben immer weißt, was zu tun ist an der Börse und du bei dem nächsten Hype, so du dabei bist, eben nicht davon überrascht bist, dass diese Aktien jetzt erstmal enorm korrigieren und du strategisch eben sehr, sehr gut vorsorgen kannst mit diesen Aktienstrategien. Und wenn du weiterhin besser strategisch und psychologisch an der Börse werden möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch unseren Kanal oder unsere Social Media Kanäle, damit du immer up to date bist mit dem aktuellen Geschehen am Markt.